Ist der Meteorit, der in meine Lagerhalle einschlagen könnte, als Risiko genauso zu behandeln, wie die Tatsache, dass nur Frau Meier weiß, wie man die Abrechnungssoftware bedient? Was macht denn ein Risiko zu einem relevanten Risiko, um das ich mich jetzt dringend kümmern sollte? Sie ahnen es vielleicht, die Risikobewertung. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Jetzt haben Sie durch das geschulte Risikobewusstsein und eine systematische Risikoidentifikation eine mehr oder minder lange Liste mit Risiken. Vermutlich in Axel. Und diese Liste ist Ihr betriebliches Risikoinventar. Also eine Liste für sich hilft natürlich erst mal wirklich weiter. Es muss ja mit etwas tun. Und der nächste Schritt ist die Bewertung eines jeden einzelnen Risikos aus Ihrer langen Liste. Und dadurch findet man eben heraus, dass es Risiken gibt, um die man sich umgehend kümmern sollte. Es gibt aber auch Risiken, die man zwar nicht ignorieren darf, die aber derzeit keinen Handlungsbedarf haben. Wie bewertet man jetzt seine Risiken, um die in so eine entsprechende Reihenfolge zu bekommen? Eine sehr weit verbreitete und allgemein akzeptierte Vorgehensweise ist die Bewertung der Risiken nach den beiden Dimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Aber beide Dimensionen fallen natürlich am Anfang sehr, sehr schwer gut zu fassen. Vor allem, wenn man das Thema jetzt neu aufbaut im Unternehmen, was ist denn da wirklich eine Eintrittswahrscheinlichkeit und ein Schadensausmaß? Wie kann man das denn irgendwie bewerten? Das ist ja alles mit Bauchgefühl. Naja, dafür gibt es auch Vorgehensweisen. Denn was ist denn eigentlich der wirkliche Unterschied zwischen einer katastrophalen Auswirkung im Vergleich zu einer mäßigen Auswirkung? Also was ist da der Unterschied tatsächlich und wie kann man die Risiken da einordnen? Oder wann ist eine Eintrittswahrscheinlichkeit gelegentlich im Vergleich zu wahrscheinlich? Hier hilft es also sehr, wenn man sich auch an den Kriterienkatalog anlegt. Und jetzt starten wir mal mit den Auswirkungen, dann wird es nämlich deutlich deutlicher. Nehmen wir mal an, wir sehen sieben verschiedene Schweregrade in der Auswirkung. Sie reichen von begrenzt bis katastrophal. Und wenn man sich zusätzlich verschiedene Schadenskategorien wie Sicherheit und Gesundheit oder Qualität oder Kunden überlegt, dann kann man für jeden Schweregrad und jede Schadenskategorie eine Beschreibung erstellen. Zum Beispiel für Sicherheit und Gesundheit wäre zum Beispiel beim Schweregrad begrenzt die Beschreibung eine kleinere Verletzung ohne Erstversorgung. Beim Schweregrad wenig würde man vielleicht dann schreiben eine Verletzung mit Arbeitsabbruch. Und wenn ein entsprechender Schaden dann eben bedeutend wäre, dann wäre es eine ernste Verletzung mit langem Krankenstand. Und eine katastrophale Auswirkung wären dann viele Tote. Und damit bekommt man wirklich auch ein Gefühl für die zunehmende Eskalation eben eine Auswirkung. Nehmen wir jetzt als anderes Beispiel die Schadenskategorie Kunden, dann wäre das Ausmaß begrenzt, zum Beispiel die Beschwerde eines einzelnen Kunden. Und im Gegensatz dazu katastrophal wäre zum Beispiel die deutschlandweiten Beschwerden von Gruppen und Verbänden bei Regierung und Politik. Würde das eintreten, hätte wahrscheinlich ein Unternehmen ein ziemliches Problem. Sie sehen also, mit so einer Einordnung fällt es dann schon viel, viel leichter, das Risiko wirklich griffig zu bewerten. Und manchmal hilft eben auch ein Risiko aus verschiedenen Schadensklassen. Das kann vorkommen, dass es verschiedene Schadensklassen betrifft. Beispiele sind dann zum Beispiel hier Kundenbeschwerden und Reputationsschäden oder Qualität und Umwelt. Und dann sollten Sie das Risiko in jeder Schadenskategorie einzeln bewerten und sich dann zum Schluss anschauen, wie man das gesamt eben einordnet. Unsere Tabelle zur Risikoeinordnung mit den verschiedenen Schadensklassen haben wir in die Videobeschreibung verlinkt. Das können Sie sich also leicht anschauen, dann können Sie es auch nochmal nachvollziehen und die können Sie auch als Anregung für Ihre eigene Risikoeinordnung entsprechend verwenden. Und damit bekommen Sie jetzt die Bewertung nach dem Schadensausmaß ganz gut in den Griff. Aber wie sieht es mit der Eintrittswahrscheinlichkeit aus? Naja, das Vorgehen ist da relativ ähnlich. Man erstellt sich eine Vorlage, die genauso viele Einteilungen hat wie ihr Schadensausmaß. Also wenn Sie beim Schadensausmaß, wie es in unserem Beispiel, sieben verschiedene Abstufungen der Schwere drin haben, dann empfiehlt es sich wirklich auch sieben verschiedene Abstufungen bei der Eintrittswahrscheinlichkeit zu verwenden. Der Grund dahinter ist, oder der Sinn ist, dass man später eben die Risiken in eine quadratische Matrix einordnen kann, die dann eben fünf mal fünf oder sieben mal sieben Felder hat. Und dann wird es eben relativ leicht zum Einordnen. Und jetzt nehmen wir mal für die Eintrittswahrscheinlichkeit an, wir hätten auch sieben Abstufungen zum Beispiel, wie oft eben ein Risikoeintritt. Die reichen dann von sehr unwahrscheinlich bis sehr oft. Aber was bedeutet jetzt eigentlich wirklich sehr unwahrscheinlich? Man könnte jetzt sagen, es kam weniger als einmal in 10.000 Jahren vor. Das hört sich jetzt natürlich ziemlich komisch an, weil vor 10.000 Jahren die Welt etwas anders aussah als heute. Das ist damit auch nicht wirklich gemeint. Sondern wenn man etwas veränderten Blickwinkel darauf wirft, dann wird aus weniger als einmal in 10.000 Jahren ein, es kam noch nie in der Branche vor. Obwohl es da hunderte von Unternehmen gibt, es ist nicht bekannt, dass das jemals gewesen wäre. Und das ist ja eigentlich gleich viel griffiger. Und wahrscheinlich als Abstufung der Eintrittswahrscheinlichkeit könnte man eben zum Beispiel sagen, es kam einmal in 100.000 bis 1.000 Jahren vor, oder etwas übersetzter eben, das kam in der Branche schon mehrfach vor. Das hat schon gegeben. Ist auch dokumentiert. Und sehr oft wäre dann zum Beispiel 10 Mal pro Jahr oder kam monatlich in meinem Unternehmen vor. Und damit hat man schon eine sehr schöne Bewertungslinie drin, wo man sagen kann, für die Eintrittswahrscheinlichkeit, es fällt deutlich leichter, es einzuordnen. Und auch diese Bewertungskriterien haben Sie unten in der Videobeschreibung. Klicken Sie auf den Link drauf, da können Sie sich das nochmal in Ruhe mit anschauen. So, jetzt haben Sie hoffentlich alle Ihre Risiken einzeln, Zeile für Zeile, nach Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Und jetzt können Sie die Risiken in eine Risikomatrix eintragen. Und Sie sehen sofort, welche Risiken Sie sich umgehend drum kümmern sollten. Und daher eben auch vorhin der Hinweis mit der gleichen Anzahl von Abstufungen nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß, da kriegen Sie eine schöne Matrix hin, weil sie einfach gleich viele Kästchen nach oben oder nach rechts hat. Im dunkelroten Sektor sollten Sie dann die sofort tätig werden, und zwar schnell. Das sind dann die Risiken, die sehr oft eintreten und vielleicht eine katastrophale Auswirkung haben. Wenn es tatsächlich so oft gewesen wäre, würde es das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber es kann schon sein, dass die Auswirkungen katastrophal sein können, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit Gott sei Dank noch nicht so hoch war, dass es schon vorgekommen ist in Ihrem Unternehmen. Das sind so klassische Versicherungsfälle zum Beispiel. Was da zu tun ist, genau mit solchen Risiken und wie man damit umgeht, was es für Handlungsoptionen gibt, das verrate ich Ihnen gleich. Aber bevor ich das jetzt noch verrate, wie man da genau drauf eingeht, verraten Sie mir doch mal, was Sie jetzt über diese Risikobewertung wirklich denken. Schreiben Sie mir doch mal gerne Ihre Fragen in die Kommentare rein. Wir greifen dann die Anregungen in künftigen Videos mit auf und beantworten dann Ihre Fragen mit. Und damit Sie diese Videos nicht verpassen, auch gleich den Kanal abonnieren. Sie wissen schon, Glöckchen und so, damit Sie nicht auf dem Laufenden bleiben. So, jetzt hatte ich nur versprochen, Ihnen die Handlungsoptionen nach der Risikobewertung zu verraten. Und die ergeben dann letztendlich Ihre Risikostrategie als Unternehmer und als Unternehmen. Und es sind vier grundlegende Möglichkeiten, wie Sie eben den Umgang mit Risiken haben. Die erste ist einmal die Risikoakzeptanz. Also Sie leben mit dem Risiko und tun nichts, weil es sich vermutlich um Risiken im kühlen Bereich Ihrer Risikomatrix handelt. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung, sich jetzt nicht um diese Risiken zu kümmern, weil sie sehr unwahrscheinlich sind und das Schadensausmaß zum Beispiel sehr übersichtlich, also eher gering. Aber, und das ist der große Unterschied jetzt, diese Risikoakzeptanz ist eine bewusste Entscheidung und nicht Naivität. Großer Unterschied. Die zweite Handlungsoption ist die Risikoverlagerung. Und die Risikoverlagerung und die beiden anderen Handlungsoptionen, die bespreche ich ausführlich im nächsten Video über das Thema Risikobehandlung und Risikosteuerung. Bleiben Sie also dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.